Kein Problem. Ich heil mich mal eben kurz. Pfeil zeigt aber in eine andere Richtung. Ja. Ja, aber hier waren wir ja noch nicht. Ja, vielleicht gibt's dann irgendwas so. Munition? Ja. Ja, aber der Pfeil zeigt echt in eine andere Richtung. Lass uns, ich glaub, hier gehen wir nur zurück. Ja, würd ich auch sagen. Ich würd dann auch eher sagen, auf Richtung Safehouse. Ja, er hat den Pfeil hier voll gönn. Ich glaub, ich seh da. Ne, Schade ist nur ein Kanister. Äh, Container, meine ich. Überlegen wir, soll ich mich kurz heilen? Ach, ne, warte ich nochmal lieber. Ne, würd ich doch nicht empfehlen. Upsi. Mahlzeit. Danke. Guten. Mahlzeit. Blatt. Glauben wir der Straße folgen? Ja. Ja. Die Zeit zeigt auch in die Richtung. Hier ist ein Medikit. Die Telefonzelle hat die falsche Farbe. Die muss blau sein. Ja. 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 Darf ich mir das Medipack nehmen? Ja, nehm. Aua. Ja, warte, dann heil ich mich erst und dann nehm ich's. Dann heil ich mich jetzt auch mal. Ja, jetzt ist das Medipack weg. Danke. Okay. Sorry. Pass mal kurz auf, muss mich verabschieden. Äh, ich... ich... würde sagen... kann man auslösen? Ja. Ja. War da rein? Ne, Brei nicht. Das fährt wahrscheinlich nach vorne durch die Mauer. Okay. Man würde da... Ja, nein, Lärm dabei. Das wird... Roms. Das war nicht so laut. Ne, eben. Somis vielleicht hier auch. Ja, von wegen. Aber es kommt nicht in Kamin. Ja. Ja. Von hinten kommen sie auch, natürlich. Jupp, da bin ich schon am Deck. Ciao, ciao. Ja, ich auch. So. Und so Sumpfiecher. Uh, der Knocker wird ganz schön... Unzingelt. Ja. Ah, ich hab's im Griff. Ah, ich bin voll geboomt. Bitter ist down. Boomer. Weg, weg. Ah, der hat so nah. Wie kacke ist das denn? Ah, dammit. Hilfe. Uh. Sorry. Nächste Horde kommt. Oder? Ja. Das sollten, glaub ich, aber... Oh, ich hätte vor, die könnten Siege nehmen sollen. Unpraktisch hab ich das denn gemacht. Oh, Charger. 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 Ja, ich halte hier grad noch das alles von hinten auf. Ich komm, ich komm, ich komm. Ah, okay. Okay. Ich lieg schon. Danke. Okay, grad gesehen. Und wir sollten definitiv weitergehen. Zwitter, ja. Zwitter, fuck, fuck. Achtung. Ja, ich kann nicht. Hier sind die ganze Zeit Zombies um mich rum. Okay. Versuch's jetzt mal. Ja, ja. Für etwa vier. Geschafft, dankeschön. Hier sind Medikids. Zwei, drei. Eins. Und ein... Fleischer. Da ist noch ein Medikid drin. Ich hab jetzt mal den DP wieder aufgenommen. Ja, ich shedrunner und nehm du dir das. Ja, ist schon weg. Munition. Okay. Äh, hier hat ein Leiter. Munition keine, leider. Wo ist ein Leiter? Ah, hier. Gut. Galle im Glas. Galle im Glas will ich nicht. Galle im Glas will ich nicht. Nicht auf die Kanister schießen? Warum? Es ist unangenehm warm. Es brennt ein wenig. Wir brauchen das Maschinengewehr. Aha. Ich geh mal an das schöne Maschinengewehr. Sollten wir die hier... Ich weiß nicht, ist hier ein Event, dass wir das verteilen müssen? Ne, da vorne ist das eine Safe-Raum-Tür. Jetzt sag ich, wir gehen einfach mal weiter. Hier, da vorne. Sumpfling. Ja, die Scheiß-Sumpflinge! Hey, Getz! Stand mal hin! Ja, kommt hier rein. Ja, hier komm. Dann gehen wir immer rein. Ich bin schon auf dem Weg. So, steht touch. Ich glaube, es ist ne Waffe, wer noch braucht. Der full muss. Was ist denn das bitteschön für ein Safe-Raum? Das ist kein Safe-Raum. Nee, das ist nur ein angetäuschter. Da hinten ist. Ach du, weg da. Kommt mal her. Seht ihr, da hinten ist er. Ja, ich komm. Aber ich glaube, wir werden nicht so schnell rankommen. Ich nehme mal die neue Kettensäge. Äh, das Spiel steht grad bei mir. Bei wem hängst du dir? Bei Bacon. Ich komme und helf dir. Lauf weiter oder NPC dürfte sonst gleich für mich übernehmen. Juh, Half-Life ist abgestürzt. Da muss man angeblich irgendwas machen. Ah, hier hochklettern. Moment, warte. Doch, nicht. Ach ja, da geht's auch in der Tat. Ah, ich lieg dann mal. Scheiße hier. Jo, dann gute Nacht. Ah, ich lieg dann auch down. Jo, ich helfe. Ja, ich schieße alles, was ich schießen kann. Gut. Danke. Na ja, kaum hat's mich mal erwischt und ich hab ein Live-Starte spielt. Fuck, kackt. Hier ist ein Medi-Cat. Oh, wo, wo? Hier. Äh. Alle Renner aufs Bewurf. Moment. Jetzt müssen wir nur noch... Oh, ja, warte mal. Hier hat noch ein weiterer Medi-Cat. Ah, gut. Gut, dann... Ich hatte nämlich gerade überlegt, ob ich den Knorker lieber geben mache. Ja, aber wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich gleich flat. Oh, das tut gut. So. Jetzt steht da irgendwas, was wir gleich im Rang ausmachen. Will die jemanden mal hier hinstellen? Ah, okay, erstmal schießen. Wir haben eh noch kaum Munition. Daher. Hast du die schon aufgestellt? Nee, mach ich jetzt. Und ich bin wieder im Ladebalken dran. Oh, sehr schön. Munition ist ja nirgends, ne? Munition wäre nicht, ist geil. Normale Munition. Gleich steht da irgendwas, wir müssen Musik ausmachen. So, hier, genau hier, dieser Musik-Player. Hier hat's ne Shotgun. Okay, Musik ist aus. Und ich bin wieder da. Hallo. Oh, sehr schön. Du hast den ganzen Spaß verpasst. Okay. Können wir weiter, oder? Oh, Half-Life ist mir wieder abgestürzt. Nein. Nein, kann nicht sein, hey. Geht einfach mal weiter, ich warte eben kurz, bevor ich wieder... Da rein. Bevor ich wieder reingehe. Und ich... Leiter hoch. Legt nur Wasser, da legt nur Wasser. Wo ist ein Affe? Ja, aber ich hab mir gerade noch... Ah, ich werd gezingelt. Ah. Danke. Pillen, wer braucht Pillen? Ach, im Moment... Adralin braucht jemand? Hab ich. Weiß nicht, hier geht's... Nicht weiter, vielleicht hier auf der anderen Seite. Ja, hier oben. Ja, hier oben. Ich mach mich schnake im Zimmer, fuck, ey. Könnte es runter gehen, oder hoch? Nein, hoch, würd ich sagen. Irgendwo da ist ein... Hunter? Ja, auf mir. Ich hab nur leider die. Oh, der lebt ja noch. So, geht er da weg. Ah ja, hier ist der Pfeil. Und noch mehr... Zombie-Gefleder. So, 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 so. Ich glaub, ich stürz mich hier den... Fahrstuhl runter. Nein, hier ist aber der Pfeil. Ah, hier oben. Hier gibt's Moni. Oh, endlich. Yay. Hier gibt's noch Medis. Äh, nee. 2 Stück. Oh, da hinten? Yep. Cool. Er nimmt Shadowrunner und Dom. Ah, du hast schon. Ah, okay, dann. Ich nehm hier den Defi mal mit. Mhm. Ja, den hatte ich grad feilen lassen, als ich das Medipack genommen hab. Und weiter, 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 weiter. Hm, ich seh grad gar kein Pfeil. Hier, hier auf dem Pfeil. Ah ja. Ah ja, genau. Und ich bin wieder bei euch. Mal schauen, wie lange. Mal schauen, wie lange. Ja, ja. Erstmal WB. Danke. Oh, nicht hier auf das Fass schießen, sonst fliegt uns das Ding um die Ohren. Da oben gibt's noch mehr Medipacks. Oder zumindest ist da ein Medi-Schwimmer. Darf mal, kommen alle hoch? Ja, ein Medipack wär für mich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil ich hab natürlich jetzt keins. Ja. Keine... Ah, hier ist der Pfeil. Ja. Ja, der weiß genau, was er macht. Ja, ja. Ja, ja. Was ist hier? Ah, Shotgun. Oh, ein Dach. Help, need food. SOS. Ja, Bratensoße. Oh, oh, Hunter. Er huntert die Wand. Ja, ging's, ging's Bändchen gerannt. Hier geht's wieder rein. Nee, müssen wir ja komplett alles runter. Äh, hier waren wir doch, glaub ich, schon, ne? Ah. Ah, hier geht's aber im Aufzug runter, okay. Hier, wo ich bin. Ah, okay. Ah, nein, hat mich in... Ah, Smoker und Boomer zusammen, ja, ganz toll. Ah, da kommt grad ne Horde draußen. So, jetzt kann man im Aufzug. Na, der Knorra ist noch ein bisschen vollgekotzt. Ja, genau. Angekotzt. Danke. Okay, let's go. Ui. Ui. Ich hab Angst. Ich hör spittern. Ah, das Spiel ist bei mir aus dem Schuh wieder abgestürzt. Der ist noch da oben drauf, oder? Hunter, sag ich auch. Jo. Wo, 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 wo. Über uns, in dem Loch. Ja, also irgendwie mag diese Map... Hilfe! Aber hier ist der Safe-Raum jetzt. Den Mech, glaub ich, nicht so wirklich. Mech, 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 mech. Oh, Safe-Room. Na endlich. Ja, dann bleibt bitte gleich nochmal eben drin, bis ich wieder da bin. Also, ein... Ja. Einen Versuch geb ich noch. Wenn er gleich wieder innerhalb von zwei, drei Minuten abstürzt, dann müsst ihr es sonst. Mit dem NPC zu Ende spielen. Aber mit... Ich hätte gerne eine andere Waffe. Ja, das können wir leider, solange du inaktiv im Safe-Raum bist, nicht für dich entscheiden. Ja, genau. Aber solange ihr im Safe-Raum bleibt, kann mich gleich eben noch zur Not an die Waffen des Safe-Raums bringen. Mhm, das ist richtig. Dann warten wir da eben erstmal. So, der Bacon ist jetzt, glaub ich, wieder da. Dafür hat er Knorker und Disconnect. Dann machen wir halt ohne den weiter. Ja, genau. Ja, ich bin wieder da. Ist natürlich die Frage, was besser ist mit mir oder mit Knorker spielen. Äh, ich... Ich tue mal so, als wüsste ich die Antwort nicht. Gut, ähm, was nehme ich denn mit? Oh, hier liegt eine AK. Und die... Das... Das Gewehr. Ich nehme mal das Schrotgewehr. Und hier draußen warten schon die ersten Freunde. Komm mal, da ist ein Maschinengewehr auf dem Platz. Ja. Also, lieber Herr Shadowrunner, ich würde, glaub ich, die Waffe lieber noch ein bisschen aufsparen. Ach ja. Moment. Ja. Ja, also, da wo das Maschinengewehr hinzeigt, äh, da sehe ich zumindest keine Zombies. Lohnt sich total. Ja, dann gehen wir da doch am besten mal hin. Ja, ich freue mich. Ja, irgendwie Zombieler. Ja. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage von Sekunden. Oh, da hat ein... Gitsch... Hallo, ich weiß, Gitschirn. Ja, da hat ein Charger und eine Zunge. Oh, der Charger wollte sogar hier hochkommen. Und da kommt noch ein Jockey. Und da kommt noch ein Jockey. Jo, der ist weg. So, sieht's wieder sauberer aus, ne? Hm, ja. Ich decke euch mal ein bisschen. Ah, vorne, äh, komm, ein, zwei. Sorry. Hopp. Ja, ein, zwei, drei, ganz viele. So, okay. Sieht's gut aus. Okay, ich komme. Ähm, da hinten gibt's nichts. Ich hör irgendwas knurren. Ey, ich möcht mit dem Boss fahren. Hunter. Ja. Und ich hör'n Boomer. Ja. Ich hab' ihn wegboomern gehört. Ja, der Boomer ist weg. Und Rochelle wird bestiegen. Ja. Hat ihr gefallen? Ja, scheint so. Ich mag diese Pistole nicht. Eigentlich ist diese Straße hier perfekt für'n Tank geeignet, oder? Theoretisch, ja. Oh, ich hab' ne schöne Pistole. Ja. Magnum. Hm. 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 Gut als Eis, aber auch als Pistole. Ja, aber lieber mit Mandeln. Die Pistole? Ja. Oder mit, mit Nüssen halt, ne. Es regnet hier. Ähm, ich glaub' da kommt ne kleine Horde. Ich hör' zumindest... Spashers. Äh, irgendwas ist auf mehr. Und ne Zunge hat Rochelle. Jo, ist weg. So. Okay, gut. Häuschen. Ist nix. Hier ist n' Arzt, wer braucht. Für'n Charger. Oder nee, Tank. Tank oder Charger? Äh, Tank hat mich. Glaub ich. Ich komme. Tank verfolgt mich. Oh, Tank hat mich. Ja, ich schieß halt mit ner Pistole im Fliegen. Tank ist tot. Äh, ich hör' noch einer. Ich hör' noch einen Tank. Da... Hoch, hoch, hoch. Aua, pfui, lass uns los. Ich muss nachladen. Iiii. Und... Genau, okay, ich nehm' Shadowrunner hoch. Ja, das ist sehr freundlich. Ich heil' mich dann mal. Äh, ich hör' Charger. Charger. Bitte nicht auf mich. Hunter. Äh... Ich bin grad'n bisschen verwirrt. Äh, ich auch. Lade nach! Hier rein? Nö. Ähm... Wo seid ihr denn? Da, die Telefonzelle, die leuchtet so schön, da müssen wir bestimmt hin. Ja. Geh' mal so. Wär' aber schöner, wär' aber schöner, wenn sie blau wär, ne? Ja. Und sie klingelt sogar. Ah ja, ich geh' mal dran. Ja, das ist sicherlich unser Taxi, es kommt 20 Minuten später. Rammelst du mich grad, Alter? Das ist ehrlich. Nein? Ich doch nicht. Okay, die Verbindung ist abverbrochen. Also, irgendwas mit Friedhof, das Gebäude ist verbarrikadiert, aber nicht von hinten. Friedhofweg. Ich hab' mal die Pumpgun genommen, weil die ist dann wieder voll. Ja, ich hab' noch genügend Schutze in meiner drin. Sollte eigentlich reichen. Hoff' ich doch mal. Äh, seid ihr da? Ja, ich glaub' dass ihr jetzt der Friedhof. Erfolgt. Mal die ganzen Zombies blätten. Da steckt sich auch noch einer. Gewalt gegen... Ich werd' gezüngelt. Ja, danke. Ja, das ist grad' Incoming und irgendwer wurde, glaub' ich, vollgebummert. Rochelle. Ja, ja, sind nur der Aim-Bot. Den stört das ja nicht. Ja, ja, der trifft trotzdem noch.